So, dann machen wir es jetzt nochmal richtig, weil es eben nicht geklappt hat. Hallo und herzlich willkommen. Katja und ich sind gestern um 21 Uhr bei unseren, bei meinen Verwandten angekommen und haben dann auch noch eine kleine Ewigkeit geschnackt und all sowas. Und jetzt haben wir uns endlich mal auf den Weg gemacht, um zu gucken, ob wir nicht irgendwo noch was finden, was hier so ein bisschen interessant ist, was man denn noch machen könnte, wo man ran könnte. Das sieht aus wie ein normaler Parkplatz. Wir suchen, wir machen, wir tun, wie immer, wie immer. Und wir schauen mal, wo wir hinkommen. Oh, ich glaube, wir sind hier in irgendeinem Sperrgebiet, wo wir nicht sein sollten. Das kommt davon, wenn man immer so querfeldeinfährt, Michi. Passt schon. Hehehe, lustig. Ja. von daher, ihr seht ja selber, weiß ja toll wo wir hier sind wahrscheinlich auf irgendeinem Firmengelände, wo wir nicht hätten sein sollen so, wir sehen zu, dass wir weiter kommen muss er hier wieder rausfinden sieht interessant aus, er weiß ja toll was das hier ist wir probieren alles aus, alles da wir eben schon kurz ein kleines stück hatten, wo irgendwas fällt mir mäßig ein bisschen schön aussah werde ich mal versuchen da wieder hin zu finden um dass wir da noch einmal durch fahren können lang schießen ja, sonst freuen wir uns schon, so wie heute Abend wurde schlangekündigt, wird gegrillt mit gefühlter kompletten Verwandtschaft und ein bisschen Spaß haben mit einem anderen kleinen Kram wer weiß, da wurden schon irgendwelche Sachen angedroht mit Playstation VR oder was weiß ich was da alles war mit vielen solch komischen Sachen wie SingStar yeah yeah ich freue mich oder so ich, das Gesangstalent was ich euch nicht antun will also, wenn ich hier anfange zu singen dann wäre ich wahrscheinlich bei YouTube direkt gesperrt das geht gar nicht von daher lassen wir das so dann gucken wir mal ob wir diese Dings wieder finden so auf die schnelle warte einen Moment so wenn wir jetzt nicht ganz irre einfach mal hier rein steuern und dann hat man schon ein bisschen Feldweg und gucken mal das ist so 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 da muss natürlich ein bisschen gucken bevor wir hier natürlich wilde Sau spielen wir arbeiten uns ja langsam und vorsichtig ein bisschen lang so so auch Katja tastet sich vorsichtig aber gut voran das ist doch schön das ist doch schön alles mit einer gewissen Vorsicht natürlich so 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 es geht langsam weiter so 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 so